Heute läuft irgendwie alles schief. Das ist jetzt mittlerweile der dritte Akku, den ich jetzt einsetze und der ist schon wieder leer. So, jetzt kann es losgehen. Ich bin heute mal ganz in Weiß, denn ich habe keine schwarzen T-Shirts mehr, die sind alle dreckig. Und ja, kann mal passieren. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian und ja, das ist hier meine Werkstatt. Heute kommt normalerweise immer ein DIY-Video raus, beziehungsweise ein Handwerksvideo. Und das letzte Out-Tag-Video ist allerdings schon sechs Monate knapp her und deswegen kommt heute ein Out-Tag-Video raus. Aber wenn du ein Handwerksvideo haben möchtest, dann gib diesem Video einen Daumen hoch und dann wird das entweder, morgen ist Freitag, nee Quatsch, morgen ist Samstag oder Sonntag oder Montag kommt es dann raus. Auf jeden Fall die folgenden Tage. Und diese Out-Tags, sie sind wirklich lustig. Also es sind so Fehler, die ich normalerweise immer rausschneide. Die sammeln sich dann und ja, man kann dann einfach sehen, dass wir wirklich nur Menschen sind und das unterstreicht das Ganze hier nochmal. Also finde ich persönlich, deswegen finde ich es immer sehr, sehr lustig, wenn ich das zusammenschneide und euch das präsentieren darf quasi oder euch eine kleine Freude machen darf. Genau, bei der Polsterung, genau. Da haben wir ja diese sieben... Scheiße, warte. Nein, wir steigen hier ein, warte. Positionieren. So, okay. So, und fertig. Ach, herrlich hier. Wo bleibt mein Kaffee, Fräulein? Meine Lilla. So, wie ihr seht, vermissen wir euch im zweiten Teil wie die... Cut. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Sag nochmal. Ja, komm mal. Das ist gut. Heute zeigen wir euch Teil 2. Dann fährte ich schon im Besitz. Aber das passt doch gar nicht. Ich will doch sagen, dass du kaputt bist. Ich bin fett. Isst du doch. Eigentlich ist er kaputt, der faule Seite. Er tut jetzt nur so. Wir zeigen euch heute. Und, äh, nein, Mist. Ach, Mano. So, zum fünften Mal. So, er tut so, als wenn er noch richtig... Okay, nochmal. So, jetzt tut er hier richtig hart. Hey, ich bist das Kaffee schon verschützt. Wir fangen nochmal an. Noch eine Runde, auf geht's. Ab in die zweite Runde. Dieses künstliche Lachen. Ah, ja. Nein, ich hab nicht künstlich gelacht. Achso. Damals. Frischeehaft. Mist da, hier. Ich setz mich jetzt mal hin hier. Die Polsterung. Nee, scheiße. Weißt du was, ich bin zu... Die Polsterung. Ja, weißt du was, ich bin zu Kopflastig. Ich denke zu viel nach, was... Ja, was für neun. Ja, ja. Okay, danke schön. Kaffee-Junkie. Oh, kriegt dein Kaffee? Nein. Wieso nicht? Nein, nein. Das ist meine. Spinnst du? So mal. Ich hab mir mal was mitgebracht. Da hast du mir mal was mitgebracht. Das ist das blöd, echt. Dazu. Gott. Wie, nein. Happy wife, happy life. Nein. Oh, sei so ein Schrat, ey. Zieh nicht mehr den gleichen Mist, ey. Laufen, aber... Mit den Nasen. Das soll so sein. Und wir bauen das jetzt mal gemeinsam zusammen. Und siehst du vom Video zu Video hübsch aus? Oh Gott. Die Frage werden wir wahrscheinlich nie aufklären, oder? So, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zusammenbauen. Ja. Nein, wie muss ich denn immer lachen? Ich lache aber nicht. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Check. Also, Steffi, erzähl mal den Zuschauern, wie wir diesen tollen eigenen Kulissen... Toiletten Tisch. Toiletten. Wie, ich soll jetzt hier so hängen und du sitzt da vorne wie so locker? Nee, ich dachte, du kommst hier neben, ey. Wie hier? Ja. So. So, und jetzt heißt es ausziehen. Also, ich meine den Kulissen Tisch ausziehen und dann eine Runde essen, ne? Auf jeden Fall ist es auch Kakao. Das klappt. Ach! Du Esel. Boah, bist du hübsch. Die Augen, wie sie funkeln. Oh ja. Wie zwei kleine Diamanten. 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 Oh, das ist gemein. So habe ich das aber nicht gesagt. Wie eine kleine Ameise auf dem Boden. Noch, nee, noch fünf Beine brechen und sagen, komm klar. Das ist gemein. Gar nicht. Dann hole ich mir Kunststoff-Ameine und dann bin ich zum Tiger. Kleine Ameise. Willst du mal schauen? Da, ne? Wie, da? Achso, ich dachte, da hinten. Na gut. Na gut. Dann gucken wir mal. Und wir würden sagen, ja, ja, sagen wir. Ja, ich wollte sagen, der, wir lieben euch. Scheiße. Check. Fertig, meine Damen. Yo, check. Schaut euch das an, das Ergebnis. Richtig toll. Alles gut mit dir? Du hast jetzt die Handnummern vor mir gemacht. Jetzt kann ich gleich nicht mehr Check sagen. Fertig. Nein, oh, stopp. Guck mal, guck mich an. Check. Fertig ist der. Wenn man, wenn Tage... Boah, okay. Ach. Du Esel. Ja, ähm, ja, das waren die Outtags. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, gebt dem Handwerker einen Daumen nach oben. Also dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage nochmal. Ansonsten findest du unten in der Videobeschreibung nochmal alle Videos, jetzt, die du gesehen hast. Also die 10. Das sind ja DIY-Videos beispielsweise. Also die Sitzkommode. Was haben wir noch gebaut? Den Kulissen-Tisch aufgearbeitet. Und ein Sternenhimmel, der verdeckt ist hinter einer Tapete. Richtig, richtig toll. Die findest du alle unten nochmal im Video verlinkt. Ja, ich würde sagen, bis die Tage. Ciao.